Hey, you sexy Puppets. Welcome back to Crownies YouTube Channel. Enjoy the upcoming Counter-Strike Video and make sure to hit that like button. Und derjenige, der am wenigsten Minus oder am meisten Plus gemacht hat, gewinnt. Der Verlierer muss dem anderen ein Case-Opening aka 10 Schlüssel in Counter-Strike schenken. So sieht's aus. So schaut's aus. Dann haben wir ihn auch direkt mit dabei. Also sollte ich auf jeden Fall verlieren, ja, dann wird auf jeden Fall ein Case-Opening kommen. Auf meinen Nacken. Wenn nicht, dann muss der Crownie mir dann 30 Kisten geben. 30 Kisten? Ja, Bravo-Kisten. Ja, 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 ja. So, du zählst die erste Kiste runter. 3, 2, 1, go. Oh, es hängt bei mir. Es hängt auch. Okay, es hängt gleichzeitig, das ist schon mal gut. Es hängt durch. Ja, was haben wir da, was haben wir da, was haben wir da. Oh, ich hab ne aka Kartell hier drin gehabt. Verlust gemacht, aber aufsache Pink. Nächste Kiste. 3, 2, 1, go. Ich dachte, du kannst schon sagen, weil ich schneide dir deins mit rein. Warum leckt es bei mir so? Ja, bei mir leckt es am Anfang auch. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, warum. Und bei mir kommt der so und wie sich die Kiste öffnet und das war's. Loll. Oh, ich hab ja fettes Minus gemacht. 65 Cent. Leckt mir am Arsch. Ja, 3, 2, 1, go. Okay, geht weiter, okay. Aber kommt bei dir jetzt wieder ein Bildchen, das sich bewegt? Digga, bei mir leckt es gerade des Todes. So, jetzt geht es weiter. Come on. Oh, die Tech-9. Oh, Digga. Alter, 88 Cent. Ich glaube, das verliere ich. 1, 2, 3, 2. Warte, 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 warte. Bei mir hat es gerade lange gelaunt. Okay, jetzt. Okay, 3, 2, 1. Das muss ich verlieren, Digga. Das muss ich verlieren. Hey, warum leckt es so hart? Bei mir leckt es nur ganz am Anfang so kurz. Warte, wir refreshen gleich mal die Seite. Oh, und an den guten Skins vorbei und ab zur AK-Elite-Bild. Oh, 56 Cent, ich mach hier so viel Minus grad. Refreshen wir mal die Seite, oder? Ja, ja, lass mal refreshen. Wow, ich wär wieder very. Wir haben ja refreshen das auch grad übel langsam. Weiß nicht, was los ist. Rip Internet. Internet ist Ripperino, Peperino. Aber kurz warten hier. Klappt wieder? Okay, da bin ich wieder, ja. Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Okay, zähl die erste Kiste runter, probieren wir es. 3, 2, 1, go. Oh, anfangs leckt es bei mir wieder hart auf jeden Fall. Aber jetzt kommt es aus, jetzt kommt es aus. Ja, dann läuft es auch durch. Ah, immerhin. Der AK-Elite-Bild. Aber ich muss sagen, es ist schon... Okay, 3, 2, 1, ab geht's. Ich glaube nicht, dass wir hier jemals aus einer Kiste ein Messer rausziehen werden. Hab ich so im Gefühl irgendwie. Ich glaub, da mit den Slots sind wir schon besser bedient. AWP-Warm-Gott. Ja, ja. Oh, immerhin ein bisschen plus. It's your turn wieder. 3, 2, 1, go. Komm, du sag jetzt auch mal, was du ziehst. Ich seh's ja nachher im Video eh und die Leute sehen's auch. So den einzigen, dem du's nicht verrätst, bin ich grad. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Nebendran war das Bowie Knife, Digga. Die USPS Kill Confirmed gezogen. Well warned. Nice. Nice. Können wir aber nicht weitermachen? Ich vergesse immer, wer dran ist von uns beiden, Digga. Du bist dran. Okay, 3, 2, 1, go. Jetzt ist auf jeden Fall der Moment. Hand in die Hose, linke Hoden streicheln, das wird das Messer. Der linke Hoden muss gesch- Oh nein, 1 vorbei, 2 vorbei, nein, 2 vorbei. Überhin die Guardian, okay, ein kleines bisschen plus. Ja, du bist hier dran. Schon wieder? Ich hab doch gerade eben schon. Na gut, mach ich nochmal. 3, 2, 1, go. Ja, Freunde. Bei mir muss ich nachher den Sound auf jeden Fall rausschneiden. Bei mir kommt alles verzögert, der Sound, das ist ja richtig ekelig. Ja. Oh, das Messer. Muss ich nachher meinen Sound nehmen. Oh, Statrack, M4, A4. Ah, wieder ein bisschen plus gemacht. Ich hab ne AWP Electric Hive gezogen. Ah, scheiße für mich. 3, 2, 1, go. Ja, Freunde. Die letzten Tage konnte ich ja das mit dem Hoden streicheln und so. Musste ich ein bisschen minimieren, weil ich immer Angst hatte, dass da irgendeiner reinkommt und denke, ich bin absolut komplett kernbehindert. Was ne AWP Pit Viper, Digga. Die ist ja sowas von Battlesguard. Holy shit. Auch manchmal auch voll die Scheiße gezogen. Okay, 3, 2, 1, go. Beim Jordo könnte ich mir noch wetten, dass er jetzt schon Messer gezogen hat und es mir nicht verraten hat. Ja, ja, wer weiß. Meinst du, ich wär so abgewichst? Ich glaub schon, ja. Ah, der Dover, Digga. Ich hab ne Pit Viper gezogen. Oh, also. Man zieht immerhin noch mehr als bei Gaben. Soviel sei mal gesagt, aber man zieht trotzdem nichts Tolles. Ja, du bist. Schon wieder? Hä, wie ist schon wieder? 3, 2, 1, go. Wow. Ey, du bist immer schon wieder. Ja, ich bin dreimal dran an der Drang gewesen oder nicht? Nice. Nein, der MP nein, Digga. P90 Asimov. Oh, das Battle werd ich auch immer safe gewinnen, Alter. Ich glaub auch, ey. Ich war so viel Minus. 3, 2, 1, go. Ich glaub, ich wär nah dazu kein Plus gemacht haben, Freunde. Beziehungsweise, ich hoffe einfach. Oh. Oh. Oh, nein. P90 Asimov. Loll. Eins neben der Ackermulken. Wie viel müssen wir denn aufmachen? Noch einige, Digga. Wir haben hier noch 30 Dollar vor uns. Okay. Weiter geht's. 3, 2, 1, go. Und ab geht's. Komm, ich brauchte nur ein Messer. Ein Messer und dann wär das Ding noch gewitzt hier. Er sagt so, alt nur. Oh, ein Fallchen Kiel. Ich hab grad gedacht, du sagst jetzt so Falken Messer, Digga. Ich denk so, er will der mich flicken, Alter. 3, 2, 1, go. Komm, ich brauch jetzt nur ein Messer, dann könnte ich's noch gewinnen. Jetzt. Come on. Ich mach's grad richtig. Ja, ich hab auch Bock. Oh, ne Kalle, Alter, ne Kalle. Ich hab ne SG, Alter. Oh. Alter, musst du jetzt das Messer ziehen. 1, 2, 1, go. Da ist Messer auf jeden Fall vorbeigeflogen. Bringt uns alles nix. Wir müssen es am Ende haben. Nice. P90 Blind Spot. AK Red Lion. Oh. Ei, 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 ei. 3, 2, 1, ab geht's. Hui, Plutsch. Ist das schon Messer wieder vorbei? Ne, noch kein Messer vorbei. Das heißt, es ist noch in der Kiste, oder? Komm, noch ein Stück. Ja. Ja. Endlich mal ein Lichtblick. Ne Golden Koi. Oh. Ne Golden Koi. 20 Dollar. Ein Lichtblick. Ich glaube, er rettet mich immer noch nicht ganz, aber schon mal Red Skid auf jeden Fall. Nice. Lecker. Lecker, lecker Schmecker. Okay, 3, 2, 1, go. Oh. Die Waffe war jetzt auf jeden Fall sexuell anziehend. Die können wir auf jeden Fall nochmal gebrauchen. Die können wir noch ein paar mal gebrauchen. Das wäre nice. Oh, viele gute Skins vorbeigeflogen. Was kriege ich? Ne Kiste. Ich krieg ne Kiste. Ich hab nur noch Viper-Piece. Ich krieg ne Kiste, mate. 3, 2, 1, go. Aus der Kiste ne Kiste gezogen. Das ist dann eher nicht so nice. Komm, bleibt da stehen. Nicht wieder die Kiste. Nein! Schon wieder die Kiste. Oh. Das StatTrak Elite-Wild. AK. 3 Dollar wenigstens. Oh. Ich bin eins an der Elektrik HF ganz, ganz knapp vorbei und dann noch die komische Kiste bekommen. Okay. 3, 2, 1, go. So. Das ist auch die letzte Kiste. Fällt mir gerade auf. Ja, okay. Das ist die letzte Kiste. Komm. Oh. Scheiße, mate. Und ich zieh so ne scheiß Firefight, man. 64 Cent. So, was schlecht ist das denn, mate? 59 Cent. So, dann rechnen wir jetzt mal aus. Ja, jetzt packen wir die da alle mal rüber. Ups, falsches. Jetzt packen wir die da mal alle rüber. Und dann gucken wir mal. Wir haben ja beide 76 Dollar für das Ding ausgegeben. Oh, ich hab Plus gemacht, mate. Scheiße. Wenn ich immer grad sagen, wow, ich hab wenig Minus gemacht. Ich hab Plus gemacht? Also, ich bin bei 61 Dollar und 80 Cent. Oh, denke, hab ich dich ja locker weggewichst. Ich hab 83 Dollar und 18 Cent. Oh. Hast du denn alles gezogen, Digga? Digga, ich hab die USPS Kill Confirmed. Die Electric Hive. Zweimal eine Asimov. Eine AWP Elite Build. Ja. Heftig. Na gut, Freunde. Die ganze Nummer nehmen wir jetzt beim Giorgio auch auf. Und da hoffe ich, gewinne ich natürlich. Hoffen wir drauf. Checkt da auf jeden Fall vorbei. Schlusswort geht an den Giorgio. Ich sag bis Spider-Man. Und schön auch, dass ihr die letzten Tage so aktiv geguckt habt, obwohl ich im Krankenhaus war mit einem Kack-Mikrofon. Jo. Haut da auf jeden Fall rein. Und ja. Viel Spaß beim heutigen Tag. Boat.